Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Killer Instinct, Folge 19. Heute geht's weiter. Gegnerische Streitkräfte greifen die Einwohner eines Dorfes hier an Kalkladen. Unsere Vermögensionen sind nicht vollständig, aber laut Berichten sind mehrere der Gegner anders als andere Gegner. Auf deinem Weg zu einer Mission in Kalkladen spricht dich eine Einheimische an und bietet dir eine Schatzkarte zu einem sehr geringen Preis an. Du bist nicht sicher, ob man ihr trauen kann. Du folgst der Spur, bist auf der Karte im markierten Kreuz und bist verblößt, denn die Frau hat die Wahrheit gesagt. Eine große, eisenbeschlagene Kiste steht vor dir, wird wacht von deinem Ziel, Mimic. 50 Astraljuven verloren, eine Panzerkiste ist erschienen. TJ Combo vs. Mimic Spinal 86% gegen 110%. Gib dein Bestick, Mimic. Die Helden dieses Planeten sind erbärmlich. Komm, Camper, lasst uns spielen. Jetzt habe ich zwei Gegner, das wird hart. Hat, aber, was sagen, fair. Die Helden dieses Planeten sind. Drei Fahrprüfungen. Du hast drei Prüfungen absolviert. Echt? Den ersten Gab haben wir schon mal geschafft. Multiplikator 100 2878 Experience. Jetzt haben wir Mimik Myra. Weißt du noch, wie ich die versprochen habe, dich zuletzt zu töten? Das war eine Lüge. Weil wir werden nicht töten, nicht du uns. Das schafft das. 74%. Eben hab ich kaum Schaden genommen. Wenn ich jetzt. Wieder kaum Schaden nehme. Dann hab ich am Ende noch. Mal sagen. mit zu vier und sechzig prozent schaffte es herrn schaffte es Jetzt haben wir schon mehr Frosch-Hard-Bellon hier eben Der Rieser! Der Rieser! K-K-K-K-K-K-K-Ko-Ball Breaker! Schicke DJ-Kombo. Da ist eine Farbe für DJ-Kombo freigeschaltet. DJ-Kombo-Farbe 3. 35 Astralenergie, 16 Schattenpartikel, 2 Veräster Spinnentalisman, 7 Schattenplasma, 164 Astraljuwelen. Ich habe immer noch 7 durch Gesundheit, ich habe doch, ich habe jetzt nur 7% Schaden genommen. Ein als Kim-Wu getarnte Mimikraft einen Schreinern in Himalaya. Ja, unsere Informationen sind nicht vollständig, aber laut Berichten ist der Gegner viel stärker als die am meisten Gegner. Dafür nehmen wir jetzt Jago. Während du ein Kloster im Himalaya nach Mimiks durchsuchst, fällt dir eine Kiste auf ein Altar auf. Vielleicht ist etwas Nützliches darin, aber wenn du damit herumspielst, erzündet das womöglich die Schutzgeister des Tempels. Das ist mir doch wurscht. Das Innere der Truhe birgt eine wahre Schatzkurve an Materialien. Eine dunkle Energie bremst dich, als du dich dem Schatz näherst und ein Mimik bricht in den Raum ein. Jago versus Mimik Kim-Wu. Gesundheit 100% gegen 110%. Ich werde dich vernichten, Scherge der Dunkelheit. Knie nieder vor dem Schattenlord oder stirb. Rest in Peace. Giftfallen. Der Gegner hat eine Gifthalle. Du erleidest potenziellen Schaden angezeigt als weitere Scheibengesundheitsverhalten zu Beginn des Spiels. Hinweis, Potenzial der Schaden regeneriert nach und nach, aber wird nix und wenn der Gegner ein Final-Wall die durchführt. Dismarisch abim. Ich fang. Ich fang. Du. 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 Du, du. Du. Du, du. 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 Ah fast! Supreme Victory! 2700 experience. 21 Astralenergie, 12 Geistscheibe, 2 Konzentrationsschriftrolle, 2 Geistesessenzen, 69 Astraljuven, eine Kraftgiftfalle. Kander hat neue Rezept in sein Warenhaus. Gucken ob er das zum Leben, was denn das? Exklusiv blutrote zerbrochene Wehr. Wächter insgesamt ein blutrotener Wächter garantiert. Zehntausend. Wollen wir uns wieder spielen, das ist falsch. Äh, falsch. Hier, Kaseine. Omen und Jargo muss nicht heilen. Nur hier. Äh. So. Jargo muss nur nicht heilen. Schattenlabor abtrünnig. Ein abtrünniger Schattenkämpfer wurde hier gesichtet. Ecuador. Ah, er ist wieder die Onlinespieler. Ach. Ein Schatten von Omen steht neben einer Gruppe Mimics. Die Mimics liegen, als du dich näherst, doch der Schatten hält stand. Schatten von Omen. Sieh an, wen haben wir denn hier? TJ Combo. Diese Mimics haben mir alles über dich erzählt. Du glaubst, du kannst mit mir aufnehmen? Dann kämpft mir also, ja. Dürfte schnell vorbei sein. TJ Combo vs. Schatten von Omen. Gesundheit 100 gegen Gesundheit 110 Prozent. Habt ihr in der Austral Ebene Handtücher? Wird Zeit, eins in den Ring zu werfen. Wer neigt dich vor dem Schatten geborenen? TJ Combo. Defeat. Combo. Defeat. Kill. Combo. Kill. Kill Combo. Yo. Bitte? Ich kämpfe so gesehen gegen meinen eigenen Team-Mate. Das war Orange-Schmeiner, aber... Obst du? Nyrald of Gargus. Reimals! Fight! Block out! Fill! Little Hawk! Little Hawkman! A-2. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Missed Mann 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 Schmissen Mann Schmissen Nein Nein Mann Immer zugleich sein Ichfehle Ich hab keine es hat mir jetzt viel gebracht gegen schatten kämpfe ich nicht gerne weil das meistens 2.220 experience tot zum glück habe ich noch heilung 2.220 experience durch den direkten heilen und dann jo so das war es für diese folge bis zur nächsten folge tschüss bis dahin